So, jetzt präsentiere ich mir nochmal kurz Harkons Beil. Bekommen beim Eisenbanner. Mit Tinsa habe ich gekauft, mit guten Perks. Hier ist noch nicht gelevelt. Aber ich habe hier schon Primärwaffen-Telefonatik eingesetzt. Bekommt ihr bei Banshee. Jetzt muss ich wieder Lichtpartikel durchknallen. Eins, zwei, fünf. Gucken, zwölf mache ich mir erstmal. Zwölf und jetzt noch fünf. Gucken wir mal, ob es schon reicht. Das reicht noch nicht ganz okay. So, hier schon mal hier. Aber fast, 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 fast. Okay, jetzt ready. So, die Perks sind folgende. Fokus bringt irgendwas hier. Sicherer Schuss. OV, was hier, Fokuslinsel. Naja, gut, die lasse ich erstmal so. Beziehungsweise, ich stelle da nichts anderes ein. Kontrolle der Massen. Kills mit dieser Waffe gewähren kurzzeitig Bonus-Schaden. Dann haben wir hier Handlader. Diese Waffe ist auf größere Reichweite effektiv. Dann Fehlermagazin, schnelleres Nachladen, jetzt wieder Magazingröße. Und erhöhte Reichweite reduziertes Stabilität bei verstärkter Lauf. Äh, was nehme ich denn? Äh, was nehme ich denn? Lass auch erstmal so. Äh, Balance Ausgleich. Die Stabilität dieser Waffe ist die Namen erhöht. Okay. Ja. So sieht sie aus. Ich finde auch sehr schick. Hat was, hat was, hat was, Event, was? Fangen wir erstmal hin. Oh, wahrscheinlich kriege ich keine Unterstützung hier. Bin ich alleine oder was? Tja. Ja, allein sind wir gerade in dem Moment gar nicht, ne? Äh. Was ist Mord noch? Ey, was ist Mord noch Besessenen? Verdammt. Ja, vollkommen zum falschen Zeitpunkt hergekommen. Alleine bringt das eh nichts. Ah, auf einmal flügt gleich weg. Ich muss hier auch nur die Waffe präsentieren. Zeitpunkt nochmal das, äh, Automatik-Gewehr. Wie es in PvP ist, weiß ich noch nicht. Das werde ich dann ausprobieren. Aber sonst hier so, doch. Man kann sie spielen. Wurde ja auch, äh, hochgelobt die Waffe. Und ja. Passt, ne? Ach, genug Schaden, alles gut. Wurde ja auch, wenn ich mich nicht so gut wandelte. 36 Schuss und Nahrer ziehen. Ist auch okay. Ne? Wir schaffen das. Oh, kurz hoch da rum. Ist nämlich gerade einer. Vielleicht will ich ihn doch nochmal anschießen hier oder nicht. Was? Okay. Wat du Wolle. Weiter auf See. Ah, scheiß aufs Event. Da ist er ja. Sollten wir das jemals wieder versuchen, haben wir viel Arbeit vor. Kommt hier auch ein bisschen Unterstützung hier von meinen Leuten. Oh, Mann. Kommt die Steine von mir. Im Mond schon wieder? Oh, Mann. Er hat mich jetzt nicht so lange hier rumballert, aber ja, wieder nicht anders. Wie Sie sehen, treffe ich nicht. Alter, wo schmeißt du die Granaten hin? Junge Mal gehen wir kaputt da und los So, Feierabend, auch keine Muni mehr, also leer geschossen Ja, das ist die Harkons Beil, so ist die in Action, bisschen lange gedauert jetzt, aber macht ja nichts Ein paar Fails drin, auch nicht schlimm So, Eisenbahner, Harkon Beil, ja, kann man spielen Ich finde aber die Kakitos besser So, danke fürs Zuschauen